Die US-Ratingagentur Fitch hat den Ausblick für die Bewertung der Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika von stabil auf negativ gesenkt. Eigentlich könnte sie es für größere Verunsicherung sorgen, aber Fitch hatte dies bereits im Vorfeld angekündigt, angedroht, wenn man so will. Und auch die Ratingagentur S&P hat ja vor geraumer Zeit schon genau dasselbe getan. Insofern halten sich die negativen Reaktionen des Marktes in Grenzen, ganz im Gegenteil. Der Dow Jones schloss gestern in den Vereinigten Staaten mit 2,6 Prozent im Plus. Und auch der DAX kann seine deutlichen Kursgewinne des gestrigen Tages heute bestätigen, kann sich wacker halten und zeigt sich sehr fest bei 5.755 Zählern im Augenblick mit 10 Punkten oder immerhin 0,2 Prozent im Plus. Also Gewinnmitnahmen am Aktienmarkt haben im Moment noch nicht eingesetzt. Und genau darauf haben die Derivateanleger hier an der EUWAX in Stuttgart so ein bisschen gewartet. Es war noch keine eindeutige klare Tendenz in Bezug auf den DAX erkennbar. Man wollte erst mal wissen, in welche Richtung das Pendel des DAX vielleicht ausschlägt. Jetzt tendiert er nach oben und jetzt kommt auch ein bisschen Nachfrage auf nach Calloptionsschein, um diese Bewegung jetzt vielleicht etwas mitnehmen zu können. Wir haben ein Treffen der Euro-Finanzminister, was unmittelbar bevorsteht. Und da hoffen sich die Bersianer natürlich auch ganz konkrete Vorschläge zur Lösung der europäischen Schuldenkrise. Mal sehen, ob es dann diesmal auch mehr wird als nur Kompromisse, auf die man sich am Ende einigt. Aber Italien zum Beispiel macht langsam ernst. Der neue Ministerpräsident Mario Monti hat bereits gesagt, die Rente will er erst ab 67 haben. Und es wird auch eine Mehrwertsteuererhöhung geben. Also dort gibt es jetzt schon die ersten konkreten Vorschläge. Mal sehen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Wir haben den Euro im Moment bei einem Dollar 33,40. Da hat sich nicht allzu viel verändert. Hier haben einige Anleger gestern Calls auf den Euro gekauft. Mal sehen, wie das Ganze am Ende weiterläuft. K plus S plant milliardenschwere Investitionen in Kanada. Dies belastet die Bilanz bis 2015. Aber dann sollen die Kassen kräftig sprudeln. Deswegen sind sich die Analysten hier gar nicht so richtig einig, wie sie damit umgehen sollen. Die K plus S Aktie jedenfalls legt um 1% zu. Auf 38,72 Euro wird viele Derivateanleger freuen, die hier im Besitz von Calloptionsschein auf die K plus S Aktie sind.